wo die Bullen hätten nur begrenzt die Fahrzeuge zur Verfügung wir haben jetzt die Hälfte von denen die wenn sie alle reich erst sechs Polizeifahrzeuge und mit zweihandertabend Prozent auch über die Bevor die Welt ist auch wir haben jetzt nicht versucht ihr das und man führt die Drehchen zu machen ja so fort der Jungs Moin Moin das wir für zwei Hunter drei Offroader und einen Hami der Polizei Soll ich jetzt noch Dings Pfeil mitbringen? Ne, ist alles offen, brauchen wir nix Ja, wir haben die Schlüssel schon Achso, ja, wegen der Schlüssel Ja, dann nimm mit, was du kannst Oh, wir sind ja schon im Support der Show Ich hab jetzt noch 17 fahren dabei Ich will auch mal Hunter fahren, wer ist denn hier bei mir drin? Danach kannst du wieder fahren Abwechseln, Toni, ZZK Ja, komm, ich hol mir den auch, Broder, Alter Toni, lass dich mal fahren Nix da Alter Da komm, Toni Mann, weil wisst ihr, was die Dinger wert sind? Boah, danke dir Ey, es geht mir eigentlich nicht so ums Verkaufen, sonst geht mir alles ums Zucker Nein, aber überall überlegt euch mal Alter, das sind zwei Hunter, weil es sind zwei Hunter, weil es sind das Parten, die eigentlich nur wenn wir jetzt noch die zwei Strider hätten von dem einen Tag Ja Ja, wir machen jetzt so ein Straßensperium Highway, oder? Ja, aber brutal, würde ich sagen, hey, mach mal zuerst ein Foto irgendwo Aber machen wir doch vorne Ja, wir können uns alle davor stellen und unsere Teamarbeit vor dem Haupteingang der Supporter-Shops würde ich sagen Einfach alle dahin fahren und fliegen Aber da ist kein Licht Wo ist Mario? Wo ist Mario? Wo ist Mario? Wo ist Mario? Da ist tatsächlich ein Veloz Denze Schaut mal, dass wir alles mitnehmen können Wir kommen zum Er races Chernoff dort gef meistens Den Kilometer Gipfel der Schöpfung an der Kanzler durchfahren da ist schon so an alle in der Konurse übernehmen von allen in die Fahrzeuge das ist ein Leben der noch gelände Wagen und nachhand das kann nicht angehen dass alle in den Handwerken und wohl noch zwei aufholt und nicht mehr ich war ein ich habe mir immer ein bisschen zu zweitem Handwerk ja noch mal ein bisschen mehr und mehr die Kanäle der Welt hat sich auf uns warten und die Überzeugung ach nee wir kommen daher er hat das wenn schon die schlüsse er zwei stunden alle in den armen el-molisch der maschine aus dem ihrer vierten wieder was sagst du doch gibt dort nur die mann dort und so aufgab dass das was wir haben alles wer mal geschützt ist er verhandelt abgeben was ist da los er ist der hohen schlaupt marsch nein wir sind schon längst losgefahren diese jahre sagt das zwischen wird verheiratet das Licht an und verbrechen von oben wo genau wer die in die in exakt mit dem europäischen und vorliegen das aussieht aus der luft der er verbrauchten in der Nähe was er ja wir haben alle der Koppel sind die 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 ja ein Koppel sind das ist die zehn Minuten der Service hat, beziehungsweise scheiden die halt die Nachricht. Glaub ich auch, ja. Alter, komm, ja, ich hab sogar einen Schlüssel für einen Hunter, also. Einen Hauptstand denken, Jungs. Ich schreibe mir HZ also Euer Ernst? 3 Offroader, 2 Hunter? Scheiß inkompetente Kollegen. Weil es ist chillig. Ähm, ja, macht man so, dass vielleicht ein Hunter von ungefähr dann die drei SUVs beziehungsweise Geländewagen und dann am Schluss noch mal ein Hunter. Ja klar, das können wir danach mal, aber jetzt muss man kurz zu kriegen. Das war schon fast so, gerade. Wo ist denn der Vordergrund? Wo ich gerade an der Schraube, ja, oder? Nee. Das Kaputt, ja, noch die Tische Eiermacher und so, denn ich würde es machen, das ist eigentlich ganz scheiße, was wir machen, ne? Und die Euremacher Schlüssel, ja. Ich hab Schlüssel für meinen Aufregeln. Also, du hast noch 50, ich hab noch die, ich hab noch 16 dabei. Die Hande bleiben sowieso sitzen. Ah, nice, dann könnt ihr die auch noch... Ja, die Hande bleiben im Fahrrad, die bleiben nicht mehr. Alter, wie lange bauen die Schüsse, ja? Ja, merkst du, ich hab mich jetzt in der Zeit, wo ihr da hinten rumgeweckt hat, nochmal alles voll auskürstet. Ja, aber ich hab ne Wester, die ich nicht wieder bekomme, deswegen. Quaker, mal hoch. Quaker, das ist schon los. Geh doch einfach nochmal hoch, geht viel schneller, als dass mir jetzt ne SMS schreibt. Einfach den TS schon hoch. Na, bin doch auch Sunny, also. Hä? Ist der da oben mit jemandem zu? Ja, sag ich doch, hört mir jemand zu. Quaker, sprichst du mal? Ja, die haben mich nur verarscht, Mann. Du. Dann lass doch gleich mal zum Airfield fahren, oder? Starten. Ey, Jungs, ich sind mir gar nicht rein gefahren. Alter. Ah, der Vorderst, der hält mal irgendwo rechts an, damit alle anderen aufschließen können. Ja, alle mal anhalten, bitte. Ich muss tanken. Tanken, man kann sich gar nicht so ne schlechte Idee. Was wird zu tun, kann sich repairn? Nein. Was wird kaputt? Dann halt das. Ich kann was kaufen, ja, ich kann was kaufen. Warte, 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 warte. Nee, ich hab in die Kiste, ich hab so ne Kiste getan. Warte mal, ich muss auch kurz trinken. Schick ist. Ja, aber gleich gleich. Schiffst und Y gleichzeitig drücken. Nee, ich kann jetzt, kann ich. Kannst gleich mal den Vorderstil wieder abgeben hier. Ja, mach ich mal. Wird kein Bock mehr, Angie. Bist bei mir immer noch da oben, wo ich... Ah, warte, nicht. Nee, jetzt zue ich den Vorderstil hier abgeben. Nicht, dass du dann irgend so. Wenn ich mal... Ah ja, könnt ihr den kurz knacken hier? An der Tankstelle? Ja, ich komm zu dir, aber bis jetzt nicht Ja, dann fahr doch einfach mal alle zur Tankstelle nochmal zurück Sind eh bloß 200 Meter vielleicht Ja Ja, ich muss ja mal zentren Alle mal tanken Ja, kollektiv tanken Ist belegen Tony, willst du hier landen? Geh eh auf den Start Wo steht denn der Hunter? Wo steht der Hunter? Hier auf vorne Tankstelle Achso, Cracket ist das Cracket, äh, flieg mal zum Heliport, ich komm da hin, hol dich ab, du fliegst da mit mir, mir das E-Sicherat Wohin soll, ich komm zum Heliport Versteh dich nicht Flieg mal zum Heliport Wo ist der Hunter? Wo ist der Hunter? Wo ist der Hunter, Jungs? Guck mal, hier gibt es zwei Hunter, einer steht unter der Planker und der andere unter der Leitplanker Ja, wir stehen vor dir mit Hunter Bitte zu dem mit der Leitplanker, komm Nein, Hunter, Hunter, Stopp, Hinten, Hunter, Stopp, Stopp, Stopp Giesst du den Hunter vor, ja, oder Park in der Türe ein, egal Hauptsache, du parkst dich nicht mal, also bitte das Wahrer einsteigen Steigst du mal, der da steht das Wahrer ein? Saurem Stoch, halbe Stunde, du bist so Hä, kannsteigst du? 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 Kannsteigst du? Kannsteigst du? Und alle kommen, ich kann nicht mal an Hunter einsteigen Gehme noch zu Optimus und lassen uns die Fahrzeuge wiedergeben Steigst du einfach in den anderen Hunter ein, der steht hier nicht, der Hunter, Junge Das ist Moje, der hat immer ein bisschen Probleme Okay, wir holen einen anderen Schluck Wo, wo ist der Hunter Hunter dann jetzt? Am supporter schon Ja, wir haben nicht gehört Steig doch einfach Ja, du müsstest aufschliegen Jetzt geht's Aber jetzt ist das Hexagon auf einmal weg, was ist das denn jetzt? Lass doch nicht schön Wollen wir noch schnell die Zentralbank aufmachen? Da steht ja jetzt oben beim Supporter Ja, ach nee, hab ich doch gesagt Voll geil Wer steht jetzt oben beim Supporter? Der Hunter Offen Irgendwer hat gesagt, ich soll ihn abholen Bezweifelt, dass er dann noch da ist Ja, warum hast du bestest, bestest du in den User join your channel? Ja, Moje ist gefolgt Aber wenn du da Position Park kannst Hallo? Optimus, da haben wir doch gleich einen richtigen Ja, wollt grad sagen, ich raste hier gleich aus, Alter Nur weil wir jetzt zwei Hunter haben Drei Off-Roller und einen Hummingbird der Polizei Meinen die gleich den Server wieder neu zu starten, oder was? Also ich war's diesmal nicht, ich hab keinen Nachricht bekommen Ich bin der Ziel ist die ganze Zeit unterwegs, Hefe 2 Ja, Freunde, ich beende mal die Folge Schade, schade, ihr seht's eh Jetzt kommt die Diskussion dann drüber Ja, die müsst ihr euch nicht antun Ich werd die Folge trotzdem hochladen Weil sie einfach witzig ist Alles was wir ergattert haben Um einfach das mal zu zeigen, dass das auch möglich ist Und ansonsten, alles ist Liebe Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao